Hallo, ich bin Robert Löhr. Ich stelle hier mein Buch Erika Mustermann vor, erschienen im Pieperlag. Erika Mustermann ist ein politischer Roman, wenn man so will, eine Momentaufnahme von der Piratenpartei. Die Jüngeren werden sich vielleicht erinnern, vor der Bundestagswahl 2013 gab es also diese aufstrebende junge Piratenpartei, die die deutschen Landesparlamente stürmte, unter anderem vor allem eben auch das Berliner. Und Erika Mustermann behandelt nun also den Aufstieg der Berliner Piratenpartei, den Einzug ins Abgeordnetenhaus und den Kampf einer engagierten jungen Grünen gegen eben diese Piratenpartei, Friederike Wolf, die sich das Pseudonym Erika Mustermann zulegt. Und ich lese jetzt einfach das erste Kapitel daraus vor. In dem wir erfahren, weswegen Friederike Wolf die Piraten so sehr hasst, dass sie sie vernichten möchte. Who Killed Facebook war mittlerweile bei 3.460.726 Klicks. Das kam zwar nicht annähernd an Nessun Dorma oder das niesende Panda-Baby heran, aber für einen deutschen Clip war es dennoch ein beachtlicher Erfolg. Und am Ende des Filmchens der Name des vermeintlichen Urhebers. Written, animated and directed by Volker Plauschenert. Volker Plauschenert. Ein Name wie Buttersäure, dessen Uncoolness durch die ach so coolen englischen Credits nur noch hervorgehoben wurde und dessen Eigentümlichkeit verhindert hatte, dass er aus Friederikes Langzeitgedächtnis gelöscht worden war. Volker Plauschenert. Die Stimmung auf Heikes Wahlparty war eh schon ruiniert, das Ergebnis amtlich. Die Grünen, nur abgeschlagene Dritten bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Als dieser Name auf der Bauchbinde des Fernsehbildes erschienen war. Einer Reporterin war es gelungen, besagten Plauschenert aus dem Tumult der Piraten-Wahlparty und vor das Mikro zu zerren. Volker Plauschenert, Klammer auf, Piraten, Klammer zu, Listenplatz 14 bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus überwältigt vom Glück und der Aussicht, künftig Berufspolitiker zu werden. Sowohl er als auch die Reporterin hielten sich ein Ohr zu, um zumindest die Hälfte des Lärms im Ritter Butzke auszublenden. Aber ein vernünftiges Gespräch war trotzdem nicht zu führen. Plauschenert musste sich immer wieder zu ihr herabbeugen und mehrmals nachfragen und antwortete dann doch immer nur in den gleichen Phrasen wie Ja, geil, absolut geil, die etablierten Parteien, geil, was soll ich sagen? Sein verschwitztes Kopftuch deutete darauf hin, dass er sich als Freibeuter inszenieren wollte. Dazu ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Nerds Forever, Kinnbart und blondes Haar zum, ja, Pferdeschwanz gebunden. Volker Plauschenert. Diese fette Version von Guybrush Threepwood hatte heute Frederikes Stammpartei die Wähler geraubt, nachdem er vor ein paar Jahren Frederike eine Idee geraubt hatte. Es war zum Kotzen. Sie wollte heim, ohne sich groß von den anderen zu verabschieden, aber als sie im Halbdunkel von Heikes Schlafzimmer eine falsche Jacke aus dem Jackenberg gezogen hatte und es erst merkte, als sie sie schon angezogen hatte, wurde sie mit einem Mal so müde, dass sie dem Impuls nachgab, sich einfach vornüber aufs Bett fallen zu lassen. Sie sank tiefer und tiefer und war bald komplett von fremder Garderobe zugedeckt. Mit dem unvergleichlichen Geruch von Leder in der Nase schlief sie ein. Die Besitzerin der Jacke, die Frederike nun trug, weckte sie eine Stunde später, indem sie in ihrem Kleidungsstück zerrte, zu Tode erschrocken, dass sich ein Mensch darin befand. In der U-Bahn westwärts wurde Frederike übel. Sie hatte zu viel Trostbier getrunken. Sie versuchte sich damit abzulenken, dass sie die Namen der Bahnhöfe auf dem Liniennetzplan las, aber schon bald ertappte sie sich bei der unsinnigen Frage, welcher Bahnhof aufgrund seines Namens am besten zum Kotzen geeignet wäre. Pichelsberg, Leberbrücke, Breitenbach. Ihre Wahl fiel schließlich auf den Spittelmarkt. Von dem Moment an konnte sie an nichts anderes mehr denken. Am Spittelmarkt stieg sie aus und erbrach sich in einen Mülleimer. Die Nacht träumte sie von Gewinn- und Verlustdiagrammen, die wie Tetrisbalken eckig und siebenfarbig vom Himmel regneten. Am nächsten Morgen sah sie aus wie ein verschütteter chilenischer Bergarbeiter. Zoe fragte sie auf dem Weg zur Kita, weswegen sie so matschig sei, und Frederike erklärte, das lege daran, dass die falsche Partei die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen hätte. Nicht die mit der Sonnenblume? fragte ihre Tochter, und Frederike antwortete, »Nein, nein, nicht die mit der Sonnenblume, sondern die Piraten. Die Piraten haben in Berlin gewonnen«, und setzte den Blinker. Eine Weile fuhren sie schweigend weiter, bis Frederike bei einem flüchtigen Blick in den Rückspiegel sah, dass Zoe bitterlich zu weinen begonnen hatte. Frederike fuhr die nächste Bushaltebucht. »Oh Gott, Mäuschen, was ist denn los?« Lange war kein Wort aus Zoe herauszubringen. Irgendwann schluchzte sie, »Ich will aus Berlin weg.« »Was? Können wir bitte wegfahren?« »Aber wieso denn?« »Ich fürchte mich vor Piraten.« »Richtig.« Frederike hatte vergessen, dass Piraten Zoes kindliches Schreckgespenst waren und dass eine Stadt unter der Herrschaft von Piraten ihr schlimmster Albtraum sein musste. Bis der Bus sie aus der Haltebucht hupte, erläuterte Frederike, dass die Berliner Piraten nur Piraten hießen und keine echten Piraten waren und dass sie beileibe nicht regieren würden, sondern lediglich 14 oder 15 Oppositionssitze in einem Parlament von 150 bekämen. Bei den Gewerkschaftssozis im Lehrerzimmer herrschte eitel Schadenfreude über das mittelmäßige Abschneiden von Renate Künast und Co. und Friederike hatte große Mühe, sich davon nicht reizen zu lassen. Die Piraten hatte niemand im Kollegium gewählt, aber zumindest hatte sie einige ihrer volljährigen Schüler unter Verdacht. Sie hätte am liebsten um Handzeichen gebeten, um die Schuldigen ins Gebet zu nehmen. Stattdessen fragte sie unvermittelt, wer von den Schülern das YouTube-Filmchen »Who Killed Facebook?« kannte. Etwa zwei Drittel meldeten sich mit fragenden Gesichtern. »Das ist meine Idee gewesen«, sagte sie. »Die Geschichte dazu stammt von mir.« »Das glauben wir Ihnen nicht«, sagte Jan. Der Rest der Klasse erging sich in spätpubertärem Gekicher, wie immer, wenn Erwachsene vorgeben, sich in der jugendlichen Welt auszukennen. Friederike war zwar nur ein Dutzend Jahre älter, aber sie war immer noch Frau Wolf und Frau Wolf im Web 2.0, »Sorry, da hatte sie einfach mal null Credibility.« Sie hätte genauso gut sagen können, »Ich habe gestern auf meinem Board einen Double-Kickflip hingelegt.« Das glauben wir Ihnen nicht. Nachdem Zoe am Abend eingeschlafen war, sah sich Friederike noch einmal auf YouTube »Who Killed Facebook?« in ganzer Länge an. Wie gesagt, 3.460.726 Aufrufe, davon bestimmt 20 von ihr. Dazu rechts in der Vorschlagleiste Englisch, Spanisch und Dänisch untertitelte Versionen sowie unzählige Bearbeitungen und Rip-Offs. Zugegeben, die simple Flash-Animation des Filmchens war charmant, die Personifikation der Websites waren gelungen, Google mit Detektivmütze und Pfeife, Bing mit einem Bowler auf dem Kopf und das Timing stimmte. Written, animated and directed by Volker Plauschenert. Von wegen, die Geschichte stammte von ihr. Vor vier Jahren hatten sie und David ein Essen für Freunde gegeben und im Laufe des Abends hatte man herumgeflaxt und Friederike hatte aus dem Stehgreif diese Geschichte erfunden, Google als Detektiv und alle Anwesenden hatten ihn mit Zwischenrufen ergänzt. Ihre Freundin Elfruhen fand das Ergebnis so großartig und wollte es partout auf ihrem Weblog unterbringen, sodass Friederike den Kurzkrimi für sie niederschrieb. Prominente Websites sind die Helden einer Hardball-Detective-Story. Es gilt, den Mord an Facebook aufzuklären. Zwei Suchmaschinen, Nomen ist Omen, machen sich also auf die Suche nach dem Täter. Das ungleiche Duo Google und Bing steigt hinab in die Halbwelt des WWW. Twitter ist ihr Informant, Dr. Wikipedia ihr Archiv und Picasa hat die Fotos gemacht. Die Suchmaschinen verdächtigen erst eBay, dann Amazon, aber den wahren Mörder finden sie natürlich in der Gosse. MySpace, na klar, der nie darüber hinweggekommen ist, dass nach und nach all seine Klienten zu Facebook übergelaufen sind. Die Geschichte war dämlich, sicher, sicher dämlich, aber es war ihre Geschichte gewesen. Dieser Volker Piratenarsch Plauschen hat, musste sie in Elfruns Blog gelesen haben und dann mit der seiner Sippschaft eigenen Verachtung fürs Urheberrecht geklaut und mit geringen Änderungen ins Netz gestellt. Nicht, dass ihr durch den Diebstahl geistigen Eigentums ein großer Verdienst durch die Lappen gegangen wäre oder dass sie besonders scharf auf YouTube-Fame war, aber trotzdem. Er hätte die wahre Urheberin dieser Geschichte kontaktieren oder nennen müssen, anstatt sich als alleiniges Mastermind dieses Films in Zähne zu setzen. Im Nachbarzimmer schrie Zoe. Friederike rannte zu ihr, nahm sie in den Arm und strich ihr durch die verschwitzten Haare. Zoe hatte von Piraten geträumt. Friederikes Beschwichtigung im Auto hatte offensichtlich nicht gefruchtet. Die Piraten sollen weg, sagte Zoe. Ich mach die weg, ich verspreche's dir, sagte Friederike und wusste in dem Moment, dass sie es ernst meinte. Sie würde die Piraten wegmachen. Sie würde die Freibeuterpartei nach allen Kräften torpedieren oder ihr zumindest ein paar ordentliche Schüsse vor den Bug verpassen. Sie würde ihren bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass die Piraten den Grünen nicht auch noch die Bundestagswahl versauten. Und weil sie es unmöglich mit der ganzen Partei aufnehmen konnte, würde sie sich ganz auf Volker Plauschend konzentrieren. Sie würde ihn über die Planke gehen lassen, Kielhol an der Ra aufknüpfen. Ach, hör dir nur zu, jetzt fängst du auch schon mit der ganzen nautischen Scheiße an. Sie legte Zoe eine Plastikpistole unter das Kopfkissen, damit diese sich gegen eventuelle Seeräuber zur Wehr setzen konnte und hielt ihre Hand, bis sie wieder eingeschlafen war. Ja, und ob es Friederike gelingt, die Piraten zu vernichten oder ob es dem Wähler 2013 gelingt, das zu tun, und das erfahrt ihr in Erika Mustermann. Viel Spaß beim Lesen.